Bester Run, den ich jemals hatte. Das ist das Aller, Aller, Allertraurigste auf dem Planet. Das ist trauriger als, dass Menschen kein Essen haben irgendwo. Und damit herzlich willkommen hier heute am Mittwoch zu einer neuen Episode von NIE MITTWOCH! Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ihr mich gerade noch nicht sehen könnt. Das ist nicht ganz einfach daran. Ich weiß auch nicht, was mit meinen Haaren heute falsch gelaufen ist. Allerdings war ich mal wieder auf YouTube unterwegs. Und YouTube hat ja irgendwie so einen ganz komischen Empfohlen-Modus. So manchmal empfehlen die dir irgendwelche Sachen, wo du die einfach nur so denkst. Menschlich sind ziemlich abstoßend. In meinem Fall wurde mir beispielsweise gestern Nacht um 3 Uhr einfach mal dieses Video empfohlen. Ach, nee. Auf jeden Fall war ich dann irgendwie in so einer Schleife drin. Und kam da auch nicht mehr raus. Ja. Das war es aber dann auch noch nicht. Dann wurden mir irgendwie Gänse empfohlen. Fragt Bitte einfach nicht. Allerdings dachte YouTube sich dann anscheinend, hey, der Typ guckt sich unnormal gern Videos von Gänsen an. Hier, hast du noch eins? Das war es ja schon. Untergrund einfach mal, ja, illegale Geschäfte vollzogen. Scheiße. Aber gut, ich dachte mir dann, hey, YouTube, ihr könnt mich wirklich mal im Arsch lecken. Letztens zwei Videos waren wieder nicht werbefreundlich gewesen, kein Cent dran verdient. Ich bin dann auf jeden Fall rübergegangen auf Twitch und hab direkt meine Gehirnzellen auf ein nächstes Level gehoben. Nachdem ich zehn war, kann man an zwei Händen abzählen, wie oft ich Fahrrad fahren gegangen bin danach. Also vielleicht so... Höchstens 15 Mal eigentlich. Dann bin ich allerdings zum größten deutschen Streamer rübergegangen. Jetzt werde ich... Doch Monte zerstört nicht nur regelmäßig Controller, nein! Er hat jetzt auch einen TV-Beitrag bekommen von Stern TV. Die waren nämlich bei ihm zu Hause, doch Monte wollte nicht so direkt, wie die Stern TV-Leute wollten. Eigentlich wollen die Jungs von Stern TV, dass sie jetzt anfangen zu zocken. Aber ich hab gesagt, ist nicht. Ich chill immer erstmal ein bisschen ab und fang dann erst an zu zocken. Könnt euch jetzt erstmal auf die Couch schauen, da ein bisschen rumlümmeln. Ich will jetzt hier erstmal mein Ding machen, ich hab noch keinen Bock direkt anfangen zu zocken. Die Stern TV-Leute kommen extra zu Monte nach Buxtehude gefahren, wollen einfach nur kurz ihren TV-Beitrag abdrehen. Aber nee, ist nicht. Monte chillt immer erstmal. Und deswegen sollten sich die Stern TV-Kameraleute nach hinten verpissen, aufs Sofa setzen, ein bisschen chillen, warten, bis er wirklich Bock hat an... Auf jeden Fall haben sich die Kameraleute nicht verpisst. Die sind einfach nicht nach hinten gegangen. Und das hat Sherlock Monte natürlich gesehen. Einer Legende nach zu urteilen, sitzen die Stern TV-Leute dort noch immer und begutachten die Fische. Ja, Chat, also hör zu, ich mach das immer so, ich schick mir die Sachen immer bei Facebook auf mein Messenger-Account. Facebook? Aber Facebook ist auch voll cool. Finde ich auch, ja. Ja. So, da haben wir jetzt hier, Moment. Das nutzt jeder. Dann bin ich allerdings rübergegangen zu Kevin aka Papa Platte und was seinen Stream wirklich immer ausmacht, ist dieses harmonische Miteinander. Ja. Da, äh, 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 äh. Genau. Wer jetzt in den Top 3 ist, ist in den Top 3. Das stimmt. Das stimmt. Und meistens sind die Leute, die in irgendwelchen Top 10 sind, dann auch tatsächlich in den Top 10. Also die Streams von Kevin gefallen mir echt am besten. Ach, guck mal, hier ist noch was. Mann, die kaputt. Irgendwann war es für mich dann allerdings zu zeitaufwendig, die ganzen einzelnen Clips, wo Kevin seine Controller zerstört, rauszuschneiden. Von daher hier einfach nur kurze Compilation. Mann. Dann bin ich auf jeden Fall rübergegangen zu Trimax, der in letzter Zeit eigentlich nur noch Pokémon-Karten öffnet und an einer Stelle hat er irgendwie ein ziemlich krasses Pokémon gezogen. Brakes irgendwo eingekauft steht. Halt's my way! Spätestens da lag ich auch schon wieder im Uniklinikum mit einem Herzinfarkt. Ich krieg das gar nicht hin, das irgendwie, äh, hinzukriegen. Vielleicht solltest du mal mitkommen ins Uniklinikum. Kevin, packen wir auch direkt mit ein. Willst du nichts trinken, Max, oder was? Ja, eine Cola Zero würde ich auch nehmen. Ich habe keine Cola Zero. Was ist das denn? Cola. Cola? Ja. Ist ein ganz neues Getränk. Das ist so schwarz, hat Koffein drin, davon wird man fitter, da braucht man auch eine Menge Zucker. Doch dann hat Trimax auch ein bisschen Mathe-Nachhilfe mit den Zuschauern gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, mit zwei, elf, zwölf. Zehn durch zwei ist zwölf. Ja. Und dann ist Monte aufgestanden, weil Trimax war ja bei Monte zu Hause. Trimax ist allerdings sitzen geblieben und ist mit dem Rollstuhl... Schreibtestuhl. Oder heißt das auch Rollstuhl? Trimax ist auf jeden Fall zur Seite gefahren und bei Monte über den Zeh. Und ein normaler Mensch kennt diesen Schmerz, fühlt diesen Schmerz und entschuldigt sich direkt und sagt, ey Bruder, sorry, soll ich dir irgendwie einen Kühlakku holen? Aber Trimax geht da anders vor. Ah, du Arsch. Ich bin über den Fuß gefahren. Wer stellt sich denn auch da hin? Ja. So Psychologen und so sagen immer so, ja man verliebt sich maximal dreimal im Leben oder sowas. Aber ich hab mich schon in über 100 Anime-Girls verliebt. Ja. Gar nicht zustimmen. Bei mir sind es allerdings keine Anime-Girls, sondern irgendwelche TikTok-Mädchen. Irgendwann hat sie mir halt so ihr Zimmer gezeigt und dann fiel mir auch auf, dass da so auf ihren Schrank so eine Art Schädelähnliches Etwas war. Also so ein Schädel halt. Ich sag mir so, okay, da ist ein Schädel. Was der fuck? Habst du gefragt, wo kommt denn der Schädel her und so, ne? Dann meint sie so, ja das ist ein Menschenschädel. Habt ihr ausgegraben aus dem Friedhof. Wer kennt's nicht völlig normal am Montagmorgen? Ach, da stepp ich auch immer auf dem Friedhof und grabe einfach ein paar Schädel aus. Das ist nicht dein Ernst, Danny. Dicker. Ich reiz sie aus. Ich reiz sie aus. Ich reiz... Also wenn man Twitch wirklich mit zwei Sätzen beschreiben müsste, wäre es erstens absoluter Rage. Also da wird alles mögliche, wird der irgendwie zerstört und Leute rasten aus und beleidigen rum. Und zweitens... Intelligenzquotient. Milch ist eigentlich sozusagen Wichse von Kühen. Ich glaub, ich miete mir bald mal einen Bus, fahr durch ganz Deutschland, sammeln die ganzen Twitch-Streamer ein und wir fahren alle zusammen in so eine Klinik. Und dann wird alles mal auf Null gesetzt und wieder neu aufgebaut. Und vielleicht lernt Kevin da dann auch tanzen. Okay. Ich glaube, 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 ich nicht so, ich glaube, 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 Bis zum nächsten Mal.